Da wir hier nur eine Injektion machen wollen und nur einen Lauf starten wollen, nehmen wir diese Einzelanalyse, klicken darauf und sehen jetzt ein Fenster, was sich öffnet für die Einzelanalyse. Was ich hier tun muss, ist, ich muss eine eindeutige Sample-ID vergeben, das heißt, wie unter welcher ID meine Messung abgespeichert werden soll. Da ich schon mal eine Messung gemacht habe, die Koffeintest heißt, kann ich meine jetzige Messung, zum Beispiel Koffeintest 2 nennen. Ich gebe hier einfach, was immer ich möchte, über die Tastatur ein. Ich messe einen Standard und wenn ich es weiß, kann ich bei einer Standardmessung auch direkt in diesem Fenster angeben, welchen Amount und welchen Internal Standard Amount ich in der Probe vorliegen habe. In diesem Fall machen wir das nicht, weil ich das gerne in dem Videotutorial zur Kalibrierung erklären möchte, worum es sich hier handelt und wo ich das auch im Nachhinein eingeben kann. Das nächste, was ich noch machen kann, ist hier unten unter Control, muss ich dem Chromatogramm einen eindeutigen Namen geben. Ich lösche mal heraus, was da momentan steht und am einfachsten gehe ich hier rechts über diesen Button und wähle erneut Sample-ID aus. Wenn ich das mache, wird die Sample-ID, die ich hier oben vergeben habe, erneut hier unten vergeben. Man kann natürlich das nennen, wie man möchte, aber zur Eindeutigkeit ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Wenn ich nun auf OK klicke, wird diese Information erneut an das System gesendet und nun kann ich wirklich meine Messung starten. Das heißt, ich nehme meine Standard, injiziere ihn in das System und schalte nun das Injektionsventil herunter und sehe auch direkt, im Data Acquisition Fenster tut sich etwas. Die Messung wird gestartet. Nun können wir uns dieses Data Acquisition Fenster noch einmal genauer angucken. Dazu vergrößere ich das mal ein bisschen. Hier läuft nun meine Messung live ab. Diese Achse hier links, die Absorbents, momentan in AU, also Absorption Units, kann ich wählen. Das heißt, ich kann hier einstellen, welchen Bereich ich angezeigt bekommen möchte. Das mache ich hier oben über dieses Signal from, nennt es sich. Das heißt, momentan wird auf dieser Achse alles von minus 10 AU bis 1000 AU angezeigt. Hier stehen milli AU. Momentan erscheint mir das etwas groß, das heißt, ich kann zum Beispiel einfach hier reingehen, mit der Tastatur eine 0 herauslöschen und über die Enter-Taste bestätigen. Dann passt sich diese Achse an. Nun hat sich auch die Einheit auf milli AU angepasst. Das heißt, ich habe jetzt minus 10 bis 100 milli AU. Und ich sehe, die Messung läuft. Jetzt tut sich hier etwas. Wenn ich mir das nun genauer angucken will, kann ich natürlich auch genau wie vorhin, als wir uns die Basislinie angesehen haben, linke Maustaste geklickt halten, hereinzoomen und sehe hier genauer, das ist das, was wir als Injektionspeak bezeichnen. Das heißt, nach etwa 1,2 Minuten ist der erste Teil meiner injizierten Probe am Detektor angekommen. Wenn ich nun wieder aus dieser Zoom-Ansicht herausgehen möchte, mache ich einen Doppelklick und komme zurück. Die zusätzliche Linie, die ich hier in der Mitte des Chromatogramms sehe, steht für den Gradienten, den Flussgradienten. Da wir ein isokratisches System haben, ist es hier eine waagerechte Linie. Jetzt sehe ich meinen erster Peak eluiert und ich sehe auch, ich muss die Achse anpassen, wenn ich ihn komplett sehen möchte. Das heißt, ich gehe wieder hier oben, gebe mal 500 milli AU ein, bestätige mit der Enter-Taste und sehe nun, das scheint eine bessere Ansicht zu sein. Nun kommt mein zweiter Peak. Wieder kann ich, wenn ich mag, die Achse anpassen und sehe nun meine beiden Peaks. Von vorherigen Analysen weiß ich, mein erster Peak ist der Paracetamol-Peak, der zweite Peak ist der interne Standard, das heißt der Theophyllin-Peak und der dritte Peak, der nun gerade eluiert, ist der Koffein-Peak, den ich hier quantifizieren und analysieren möchte. Wenn ich mag, kann ich mir dieses Fenster noch anpassen. Ich habe hier oben eine Reihe von Buttons und über diesen kleinen Schlüssel kann ich die Graph Properties anzeigen lassen. In diesem Fenster könnte ich zum Beispiel die Linie stärker machen. Ich kann eine Farbe für mein Chromatogramm auswählen und kann auch die Achsenbeschriftungen anpassen. Das kann interessant sein, wenn man das Chromatogramm am Ende exportieren möchte und eben eine dickere Linie für das Signal haben möchte. Mit OK kann man hier bestätigen und es würde sich automatisch anpassen. Jetzt weiß ich, ich habe meine drei Peaks, die sind durchgelaufen. In meiner Methode hatte ich ja gesagt, bis fünf Minuten soll diese Messung gehen. Da ich jetzt aber schon sehe, die Messung ist fertig, kann ich auch, wenn ich möchte, über diesen kleinen Stop-Button hier oben gehen. Wenn ich den klicke, stoppt die Messung. Und das soeben gemessene Chromatogramm öffnet sich noch einmal, allerdings nun in einem anderen Fenster, und zwar in dem Chromatogramm-Fenster. Das gerade war das Data-Acquisition-Fenster, wo ich live die Messung sehe. In diesem Fenster wiederum kann ich mir Chromatogramme, die fertig gemessen sind, anschauen. Das heißt, ich kann alle Chromatogramme hier erneut öffnen. Das Wichtige ist nun, ich sehe oben das Chromatogramm-Fenster und hier unten sehe ich meinen Result-Table. Und hier noch eine Information für die Kalibrierung etc. Diese Fenster hier unten möchte ich später noch einmal genauer erklären. Was allerdings wichtig ist, er hat bereits die Peaks erkannt. Das heißt, ich habe in meiner Methode hinterlegt, welcher Peak wann eloiert. Und das kann ich genau hier sehen. Das heißt, ich weiß genau bereits jetzt, welcher Peak welcher ist. Und hier oben wird es auch angezeigt. Wenn ich nun mehrere Messungen vergleichen möchte, kann ich das auch über dieses Fenster tun. Ich kann auch hier die Größen anpassen, indem ich hier einfach klicke und es mal herunterziehe, wenn mir momentan das Chromatogramm am wichtigsten ist. Ich kann entweder unterschiedliche Chromatogramme nacheinander öffnen. Ich habe aber auch mit diesem Symbol hier, Overlay nennt sich das, wenn ich das aktiviere, heißt das, ich kann mehrere Chromatogramme gleichzeitig öffnen. Das heißt, wenn ich jetzt über Open Data gehe und mal noch ein Chromatogramm öffne, dieses zum Beispiel, wird mir das geöffnet und als Overlay, das heißt als Überlagerung mit dem soeben gemessenen Chromatogramm angezeigt. Das heißt, ich kann hier einige Chromatogramme übereinander lagern, die Peakflächen hier vergleichen und mir so Kalibrierungen, Chromatogramme anschauen. Wie ich nun die Auswertung dieser Chromatogramme vornehme, das möchte ich in einem anderen nächsten Video zeigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.